Im Rahmen von Bioökonomie wird hier die nächste Wand gebrannt, nach Teil 20. Im Moment ist der Grundputz auf den Dämmplatten. Es fehlt noch der Oberputz, der hier steht. Das wird das Gerät sein, wo dann der Brenner daraus die Flammen kommen. Und hier sind noch ein paar Materialreste, dass man also sieht, dass es diese 100 mm dicke, flammgeschützte Putzträgerplatte von Hormaterm ist. Zusätzlich eine 10 mm Gipsfaserplatte und diese Holzlattung 6 auf 4, die den Holzständer darstellen soll. Kurz vor dem Beginn des Brandes nochmal die verputzte Fassade, wo also auch der Oberputz drauf ist. Und man kann nochmal sehen, dass hier der Aufbau dieser Latten ist, die hier in horizontaler Richtung liegen, drüben in vertikaler Richtung. Darauf die 10 mm Gipsfaserplatte und darauf die 100 mm flammgeschützte Putzträgerplatte mit dem gesamten Putzaufbau. An der Seite ist es zu. Und hier unten sieht man, dort wo der Brenner eingestellt ist, der diesen Zimmerbrennen simulieren wird über 20 Minuten. Und hier oben die Thermofühler, die dann zeigen, wie weit der Flammenfortschritt fortgedrungen ist. Und an der Seite nochmal sichtbar, dass hier das Holz nicht in horizontaler Richtung ist, sondern in vertikaler, da durch so eine Kaminwirkung entsteht. Und es wird also jetzt diese 20 Minuten gebrannt werden und danach ohne jeglichen Einsatz von Wasser oder anderen Lösmaßnahmen wird es 48 Stunden stehen gelassen. Der innere Glimmfortschritt wird sich etwas ausbreiten. Das wird man markieren können. Und das Öffnen, zwei Tage später, wird dann zeigen, dass man ohne Wasser, ohne jegliche Gefährdung, solche Konstruktionen öffnen kann. So, jetzt wird das gezündet. Das erste Mal bloß, um den Brenner in Gang zu kriegen. Stopp! Da ist der Stopp. Und das wird jetzt für 20 Minuten hier brennen. Und das wird also in der Höhe, na ich würde mal sagen, 40 Zentimeter Höhe über diesem Sturz, maximal 40 Zentimeter wird das so ein Blutnest hervorrufen. Links an diesem Schenkel wird das auch eins machen, aber höchstens in 10 Zentimeter Tiefe und auch nur da unten in dieser Ecke weiter oben nicht. Und das wird der Startpunkt des Zersetzungsfortschritts sein. So, jetzt sind mehr als 90 Minuten vergangen. Und den Rest bis zur 20 Minuten. Und dieses Wegnehmen der Flamme werde ich mal durchlaufen lassen. Man wird es auch hören, wenn er das ansagt. Danach ist die Flamme weg. Und es wird nur noch eventuell aus dem Sturzbereich, in einigen Sekunden lang, ein wenig Gas nachbringen. Dann erlöscht die Flamme auch vollständig, ohne dass hier irgendwie Wasser drankommt. Und das wird dann so stehen gelassen für 48 Stunden. Also nochmal betont, keinerlei Löschwasser, keinerlei Löschmaßnahmen machen. Jetzt zählt er das runter und sagt Bescheid, dass er hinten die Flamme ausdrehen soll. Und wie gesagt, dieses Nachbrennen, jetzt ist das Brenner aus. Jetzt hat er den Brenner weg. Und jetzt ist auch nicht mal mehr ein bisschen Gas, was da rauskommt. Letztes Mal kam aus einer Fuge noch ein bisschen Brandgas, was selbst verlöscht hat. Diesmal gar keins. Dort wurde es wieder weiß, es ist der Ruß weggebrannt. Man sieht noch ein paar Dübel da oben drüber, die immer genau dasselbe Bild haben. Es wird erst schwarz, wenn dann die Farbe oder der Ruß weggebrannt ist, wird es wieder hell. Also dort in der Ecke war ein Dübel. Risse sind nicht. Hier unten auch nicht. Hier sind gar ein kleines bisschen unten eingerissen an der Kante. Da ist kein Gas rausgekommen. Hier auch nicht. Also direkt drunter ist ja die Putzträgerplatte. Noch ein bisschen warm, aber man kann hier hingehen. Und jetzt wird es hier stehen gelassen. Bei Ankunft zwei Tage später sieht man es hier oben ganz leicht rauchen, weil er scheinbar oben... Ne, das wird dahinter sein. Das ist hinter der Gipsfaserplatte. Und was hier noch auffällig ist, dass es hier wohl eine Fuge gegeben hat. Da muss man auch nochmal rauskriegen, welche Fuge das ist, an der sich das hier runter bewegt hat. Und alles andere ist hier angezeigt, am Vortage, also am 28.10.30 Uhr, wie weit das ungefähr war, die rote Linie. Und am 27. auch, wenn man wohl mit der Thermokamera das mal gezeigt hat. Nur ein Unterschied zwischen dieser richtigen Hinterlüftung. Was man natürlich beenden kann, was völlig üblich ist, indem man oben noch eine Querlattung irgendwo reinmacht, dass diese Luftbewegung nicht entsteht. Aber hier geht es ja zur Demonstration des Unterschiedes. Und dann hier drin nochmal vielleicht... Gleich hat sich nicht viel verändert. Hier ist ein bisschen was abgeplatzt von dem Putz. Das war vorher nicht... Hier ist auch etwas mehr zu setzen. Aber das Interessante ist eben dieser Ritz hier runter, der eine Fuge entweder in der Gipsplatte oder in der Dämmplatte markiert, werden wir dann beim Öffnen sehen. Soweit. So, es wird jetzt vorbereitet, da die Putzhaut zu öffnen. Ziemlich weit außen, da wird nur die gelbe Holzfaser noch zu sehen sein, nachdem man diesen Schnitt gemacht hat, die Haut geöffnet hat. Und oben rüber, dort wird man den braunen Bereich zerstoßen. Und dann wird man da sehen können, dass es nicht wieder entflammt. Das ist die Kernbotschaft bei so einer flammgeschützten Platte. Und alles andere mit Dämmung rausnehmen, wird man dann demonstrieren können. Also jetzt geht es erstmal nur um so einen Unterbrechungskanal zu schaffen, dass man dann eine natürliche Grenze hat. Also dass man hier nicht Glimmbarrieren vorher einbaut, sondern wenn es zum Brand gekommen ist, die zwei Tage Zeit hat, irgendwann kann man dann sagen, dann mache ich es irgendwann mal. Nimm dort in einem gewissen Abstand den Putzstück ab, nimm dann dort die Dämmplatte raus und das ist die Grenze. Bis dahin kann es maximal noch glimmen, ohne dass es jemals wieder entflammt. Das ist jetzt zu zeigen. Kann man das wie eine Halt abziehen und man sieht darunter, wo noch nichts versetzt ist, dass das übliche gelbe Holzfaserblätter bleibt. Das ist ein klares Zeichen der Grenze, was dann zersetzt ist oder nicht. Weiter nach links wird man dann braun sehen. Und da ist, so, es war jetzt ausgehend von dem Dübelkopf, der aus der Plaste ist, war eine Flamme, da ist eine Fuge und dementsprechend war da eine Kaminwirkung. Da war eine kleine Flamme, die wird aber immer geringer, weil das eine flammgeschützte Platte ist und da wird die jetzt auch ausgehend dort. Das wird man also dann sehen, dass es dort vorbei ist. Man muss da nicht mal mit Wasser ran, das ist dann, wie gesagt, vorbei, wenn man nicht zu viel abreißt. Wer jetzt den ganzen Putz abgerissen hätte, der hätte jetzt keinen Gefallen sich getan. Dranlassen, warten da, geht aus. Sieht man jetzt schon, es wird gleich ausgehen. Und wir werden jetzt demonstrieren, wie man einfach die Dämmplatten da oben entfernt. Und wenn die Dämmplatte entfernt ist, ist das Material dann weg, so dass es von unten oder von der Stelle, wo das Glimmen kommt, noch hinglimmen kann. Und dann ist das Material weg, dann ist es eh vorbei. Und das wird das nächste zu demonstrieren sein, da oben. So, jetzt macht er. Oben auch das Material raus. Hier wird ihn abgeschraubt. Und er nimmt jetzt mit der Stichsäge die Knecht, so dass man es einfach in Hand hat. Auch hier wird eine feine Entglammung geben. Da hinten die Glamm sind auch schon wieder rausgegangen. Man sieht also nochmal nur, der erste Zentimeter ist schwarz, rennt das jetzt raus, wird das in den Wasserbehälter, lebt das Ziel weiter glimmt. Und ansonsten ist da hinten alles noch in Ordnung, auch wenn diese größere Mäherzung ist. Und keine offene Flamme. Wieder anderes wieder ausgegangen, ohne jegliches. So, das war jetzt die Demonstration, wie man, solange man oberhalb des Glutnestes bleibt, das dann auch beenden kann. Hier war es jetzt durch diese zwei Tage schon etwas zu weit hoch, durch diese Hinterlüftung. Aber wenn man sich vorstellt, er hätte da oben, wo das Material alle ist, diesen Kanal rausgenommen, wäre der Effekt genauso. Das wäre genau dasselbe, dass man sich da so einen Kanal macht. Und bis dahin kann es maximal noch glimmen, ohne dass unzuträglich hohe Flammen irgendwie entstehen. Das, was durch eine flammengeschützte Platte steht, hier nicht wieder in offenen Flammen. Was jetzt entscheidend sein wird, die Schädigung an der Gipsfaser ist ja oben schon sichtbar. Hier unten, wo die Front schon durch ist, wird es noch viel stärker sein. Und das werden wir jetzt hier unten öffnen, wo es schon wieder kalt ist. Um dann beurteilen zu können, wie dahinter die Gipsplatte, die natürlich zersetzt sein wird, auch wichtiger ist das Holz dahinter, wie das Holz aussieht an den Schrauben. Und da, wo es belüftet ist, einmal hier. So, jetzt ist hier an der Zone, wo der Glimmbrand schon durch ist, das geöffnet. Das fällt natürlich raus wie Asche, was hier unten auch zu sehen ist. Das glimmt nicht mehr, das ist also zersetzt, da ist also keine große Gefahr. Das ist halt wirklich bloß diesen Bereich jetzt aufmachen, der schon zersetzt ist. Und das ist wie beim Lagerfeuer, ich finde, der hat ja Asche dann übrig. Das ist eben offen. Und das Entscheidende wird jetzt sein, wie weit und wie stark diese Konstruktion hier dahinter geschädigt ist. Hier verhögeln, man misst das mal irgendwie ab. Und man sieht also noch von der einen Lattung die Dübelschrauben, die hier runter gehen. Dahinter ist das Holz. Und hier ist es hier unten die Lattung. Die andere kommt erst weiter oben. Und man wird jetzt beurteilen, indem man die Gipsfaserplatte, die da natürlich zersetzt ist, dann mal öffnet und sich dahinter das Holz anschaut. Das ist die entscheidende Geschichte, wie weit das geschädigt wird. So, was jetzt sichtbar ist am Holz, komm ruhig weg da. Nö, kann da. Was jetzt sichtbar ist am Holz, die Glimmfront ist schon längst durch die Sitzungsfront. Es hat an dem Ständerwerk, das ja einen 60er breiten Ständer simulieren soll mit den Schrauben, hat es die Zersetzung in einer Tiefe von wenigen Millimeter hervorgerufen da. Das Holz sieht man, aber es ist nicht weitergegangen. Es ist von alleine ausgegangen. Es ist nicht entflammt und würde also das Ständerwerk auch nicht irgendwie wegbrennen und dann die Tragfähigkeit verlieren, wenn so eine Glimmfront durchgegangen ist im Holzbau. Und hier unten an der Lattung, die ja am meisten beansprucht war bei dem Brand, ist eigentlich am wenigsten passiert, weil hier hinten ist natürlich die Hitze gar nicht angekommen. Es hat hier oben ein Glutnest gelegt, was dann hier weitergegangen ist nach oben. Deshalb ist das Material jetzt weg, was jetzt hier unten liegt. Aber was hier sichtbar ist, das Holz dahinter ist schon längst wieder so abgekühlt, dass also hier selbst die Gipsplatte noch nicht mal richtig zersetzt ist. Also das hat gar keine hohe Temperatur gekriegt. Und an der nächsten Lattung, die hier weiter oben kommt, kann man jetzt auch schon ein bisschen sehen, dass derselbe Effekt ist. Natürlich an den Stellen, wo der Prozess noch nicht zu Ende ist, wie hier oben, ist diese Zersetzung, also kommt die noch, aber es wird das Ständerwerk nicht schädigen. Und es ist jetzt momentan unerklärlich, warum das bis hier runter so runtergegangen ist, dass darunter ein Plattenstoß... Die Wirtschaft steht nicht in offenen Flammen, es glimmt zwar bis zum Ende, aber flammt nicht wieder auf. Der Grund ist, dass hier die Platte mit Luft an die Latte gemacht wurde, und darunter ist ein richtiger Zugwirkung. Also man sieht hier, hier fehlt einfach ein Zentimeter. Und diese Luft, die zieht es hier runter und da hat es das hier runtergezogen. Das ist die ganze von hier oben. Also durch diese richtige Kaminhinterlüftung ist es hier runtergewandert, hier hintergegangen. Und hier, also man muss das auch beachten, wenn es nicht zu schnell gehen soll, wobei 48 Stunden natürlich auch nicht zu schnell sind, dass man also solche richtigen, da reingehenden Luftströmungen vermeidet. Also jetzt ist es an der Putzscheibe sichtbar, dass es doch die Plattenfuge war, die dann auseinandergegangen ist. Und dort ist es durch diese hinterlüftete Gestaltung, die jetzt so holzbautypisch ist, also nicht direkt auf dem Mauerwerk, ist es an dieser Stelle schneller nach unten gewandert. Aber, wie gesagt, zwei Tage lang ist ja auch eine lange Zeit. Und es würde ja spätestens dann wieder stoppen, wenn die nächste Fuge dann zu Ende ist. Also es ist ja nicht nur Fugen. So, das einzige Wasser, was man sinnvollerweise verwenden soll, ist dann hier in diesem Container, den man in aller Ruhe bereitstellen kann, um das Glimmen dann irgendwann mal in den Start zu bringen, dass also alle schwarzen, nach glimmenden Teile da hineingeworfen werden. Und dann kann man da gerne mit Wasser hantieren. Und dann an der Fassade war Wasser gar nicht dran. Und es sind die verschiedenen Sachen zu berücksichtigen, mit Hinterlüftung und mit verschiedenen Dingen, die man Ruhe dann auswerten soll. Also hier oben wird der Rest sich noch zersetzen, bis es dann vorbei ist, bis das Material zu Ende ist. Man muss natürlich an der Seite dort auch wieder eine Unterbrechung schaffen. Und dann ist Schluss. Und dann wird der Rest sich noch zersetzen.